Kennen Sie mich nicht? Ey, der eine oder andere, der kennt mich doch noch. Lippe Gott! Geh, Lesbada, mit so einem fetten Fünzen im Gesicht, ey. Hätte ich auch, wenn sich 2000 Leute nach mir die Kehle aus dem Hals schreien. Ja, ich wollte es auch, ist doch verständlich, oder nicht? Solange er hier vorne stand, da keiner zu mir geguckt. Ich meine, auch für mich blieb es ja nicht schlecht. Aber das, was ich wirklich wollte, was ich wirklich wollte, war, dass sie mich so wollen wie ihn. Ich meine, wie ich kann die, die mehr bedeutet haben als das. Oh, ich schwöre, keine Ahnung mit wem, vielleicht so irgendeiner Freundin in Deutschland, vielleicht auch irgendein Typ. Es hörte sich schon mehr so an, als ob sie zum Typen spricht. Ja, Mann, was soll ich sagen, ey? Hat ganz easy geklappt, ne? Es ist ja nicht so, dass er mich nicht gefragt hat. Aber mal ganz ehrlich, mich zu fragen, ey, das ist doch auch nicht fair. Das Herz ist, in der gebrochen Art und Kleidung, in der Faltung und Gebärde. Dann ins Bad will ich mein Herz an meinem Erden tragen. Ich bin nicht, was ich will.